Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir müssen immer noch die Meta finden. Erstmal müssen wir hier natürlich looten. Und was ist mit meiner Begleiterin los? Ach, die macht Trockenübungen für Sprinten. Naja, wenn es ihr Freude bereitet. So, ich glaube von da unten sind wir hergekommen. Ich habe hier länger pausiert. Ich schätze dann hier durch den Tunnel. Ich mag den Kamerawinkel nicht so. Komme ich richtig wieder auf. Ey Loi, ich sehe so nichts. Ja und? Natürlich können wir kämpfen. Ne, schleichen will ich nicht. Äh, kämpfen. Aber zumindest das erste Freundchen hier können wir ja mal heimlich ausschalten. Oh, da gibt es wieder Nabelschweine. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ah, so viel dazu. Ja, ja. Ja, das war doch heimlich genug, oder? Das war doch heimlich genug. So. Wo ist der Rest? Da ist der Rest. Oh, du bist ein schönes Hühnchen. Schön auf die Hühnerbrust schießen. Hey, lass das. Äh. Viel, viel Pfeile drauf schießen. Das hat reingehauen. Ja. Oh, du bist schon tot. Das ging schnell. Und ich sollte währenddessen vielleicht nicht looten. So schön auf deinen Schwanz. Wieder ganz empfindlich. Nein. Au. Au. Kann meine Begleiterin auch was machen? Au. Ja, ja, wieder nix. Äh. Vorsichtig. Doch nicht du auch noch. Steh auf, Eloi. Sehr gut. Du machst den Rest. Ich hab's ein bisschen angehittet. Oh, Feuersbrunst. Komm schon. Dankeschön. Nur noch einer. Au. Ey, Eloi. Stell dich mal nicht an. Das ist doch nur ein bisschen Feuer. Auf die Schwanz stellen. Ja. Ich geb mein Bestes. Mensch, ist das Vieh böse. Auf den Schwanz. Ah. Da ist doch noch ne Maschine. Wieso sagst du denn nur noch eine? So. Jetzt aber. Nur noch eine. Was auch immer das da hinten ist. Oh. Da liegt ne Waffe, glaub ich. Nein. Denken nicht, dass wir die gebrauchen können. Beziehungsweise schon, aber das ist ja sofort down. Dankeschön. Ich, ähm, hab schon viel geübt. Ja, ich üb täglich. Ey, Eloi, ganz ruhig. Erstmal looten. Wir kennen das doch. Ja, da hinten liegt die Waffe. Hier liegt der Loot. So. Schön blauer Loot. Blauer Loot. So. Ja, Waffe lass mal liegen. Wenn hier nix mehr aus dem Maul will. Und dann. Weg, guck da. Ach, da ist schon ne Leiter. Äh. Das sieht doch wieder so aus. Ah. Nabelschwein. Offenbare, was in dir steckt. Ey, Eloi. Nicht in jeder Episode. Ach, nur ein bisschen Fleisch. Naja, was soll's? Schmeckt auch gut. So. Obwohl mir die Haut natürlich lieber wär. Oder die Knochen. Noch Nabelschwein. Aber das lassen wir mal leben. Eine Lüftung. Ich glaub, ich kann sie öffnen. Und. Eins. Zwei. Drei. Ach. Äh. Nicht so unsicher. Kannst mir ruhig folgen. Ich hab fast keine Gefahren, die auf mich warten. Oh, ich hab wieder so groß hier alles. Vielleicht können wir durch die Luke im Boden. Sieht wie die auf, die wir bei der ersten Station benutzt haben. Hier oben gibt es auch Konsolen. Was? Warte kurz. Mal sehen, was ich finde. Das braucht einen Akku, so wie das aussieht. Aha. Und du bist eine Zugriffskonsole. Für das Schloss brauche ich einen Datenschlüssel. Äh. Ah. Ein Loch. In der Wand. Und. Eins. Und. Zwei. Und. Äh. Ganz schön anstrengend heute. So, was haben wir hier? Feuerglimmer. Ah. Kann ich die Wand ausspringen? Vorsichtig. In Deckung. Was sind das für ihr? Aber nicht auch einen Ausgang schaffen. Äh. 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 Könntest du. Ähm. Mich nächstes Mal vorwarnen, wenn du. Äh. Eine Wand hochjagst? Ich versuch's. Ich verspreche nix. Ich kann die aufnehmen? Das rührt sich nicht. Oh, hat sie doch ein bisschen bewegt. Ich liegt bei den anderen. Äh. Da hinten liegt was. Ich glaub, die krieg ich da weg. Ja, dann, dann mach auch. Silber anpacken. Na also. Da hinter ist ein Hohlraum. Ah. Ist ja wie mein Kopf. Der ist auch ein Hohlraum. So. Kann ich die auch noch bewegen? Und. Ja. Vielleicht liegt was Schönes hier hinter. Tatsächlich. Oh, was ist denn das? Eine alte Halskette. Ist bestimmt so mittel viel wert. So, jetzt können wir aber hier wahrscheinlich Schlüssel reinstecken. Ja. Ja. Sieht aus wie eine Art Transportvorrichtung. Kannst du sie zu mir rüber bewegen? Sieht so aus. Weiß ich doch nicht. Wenn du auf das Ding springst, kann ich dich zu den Konsolen bringen. Ganz genau. Na, das ist Teamwork. Kannst du drauf springen? Hallo? Wo bist du denn? Hallo? Bist du drauf? Und wenn ja, auf was? Moment. Lass mich nur. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Weiter geht's. Moment. Komm schon, Eloi. Schön ziehen. Wo muss man denn eigentlich hin? Ah. Anscheinend dahin. Sehr gut. Rüberspringen. Fall nicht. Ich hab dich gar nicht springen sehen. Sohle. Moment. Hier sind Daten. Viele. Wähl die richtigen. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Nein. Ich muss dran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Boah, bist du nervig. Ich helfe, wenn's geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay. Wir müssen die Luke öffnen. Ja. Mal sehen. Okay. Ich entsperre eine Speichereinheit. Äh. Okay. Da drin sollte eine Energiezelle sein. Dann musst du irgendwie in den Generatorraum. Ja, ja. Bin dabei. Uh. Jetzt bewegt sie's. Ich hab doch die Energiezelle noch gar nicht. Oder? Hallo? Ah. Hier ist sie drin. Zum Glück gibt's noch eine gute hier. Und dann wollen wir den Energietorpedo mal in das Akkuteil da reintun. Und rein damit. Ach, das ist so praktisch. Hm. Die Retterin kommt schon. So. Durch die Tür können wir jetzt also... Ey, Loi, spring doch nicht so wild in der Gegend rum. Okay. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich geh zur anderen Konsole. Du bleibst hier. Hui. Hui. Ein Glück ist hier oben keine Tür. Es kann losgehen. Bist du bereit? Bei zwei. Eins. Zwei. Leitet hier am anderen Schwachstellen-Testszenario 12C15 ein. Äh. Ja. Dann leitet mal das Testszenario ein. Ach, ich freu mich, dass wir die Dinger gleich entfernen können. Alles gut bei euch? Ja, das hätte ich auch gedacht. Vorsichtig. Was? Nein, 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 nein. Beschwört es jetzt in Sandwur... Oh. Wie schalte ich dieses Ding aus? Ausfallsicherung überschritten. Pist kann nicht abgebrochen werden. Oh, oh. Oh, oh. Was ist das? Das ist die Seuche. Ja, also ich würde das Reklamieren, das Programm. Das Ende der Welt. Und wir haben es freigelassen. Der ist abgeschlossen. Strukturende Integrität ist mit der Mann dran. Nicht beeinträchtigt. Und müssen wir uns jetzt hier ein Paper durchlesen. Ja, irgendwas Aggressives, das keine Pflanzen mag. Sicher, dass wir unten nicht sterben werden? Ich teile eine Datei mit dir, okay? Äh, na gut. Muss er aber liken. Testprotokoll Ulmer. Heute ist Dienstag. Der zweite? Der zweite was? Der zweite Dienstag? Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Hm. Wir haben Biomasseumwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Irgendwann ist es begrenzt. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das ihr auffällt. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber... Können wir sie rechtzeitig einsetzen? Weiß ich nicht. Gott, ich hoffe es. Ja, anscheinend hat es nicht geklappt. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie... wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder... verboten. Nicht für mich. Sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Wieso, hier gibt es überall Nabelschweine. Alva. Alva. Ich verstehe. Ich will die Welt retten, nicht du. Es ist schwer zu erklären. Aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Nur ich werde erfolgreich sein. Wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht... Ich muss etwas zurückbringen. Äh... Wir gehen zur Teststation Efeu. Und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Ich glaube nicht. Aber jedes Geheimnis wirkt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Äh, ja. Geh weiter. Was auch immer. Ich folge dir. Ach, du könntest auch einfach hier warten. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Runter mit dir, Eloi. Das ist jetzt... Das ist jetzt echt Pech für die Welt. Ups. Anscheinend... Sollte man da nicht einfach runterspringen. Da ist sofort das Genick gebrochen. Nach unten. So. Mach mal schneller. Hui. Diesmal hat es geklappt. Wir haben überlebt. Boah, Alva. Kannst du nicht mal die Klappe halten? Die ist ja ganz süß, aber ich finde sie echt... echt anstrengend. Ich hoffe, die kommt nicht mit in die Basis. Finde ich wirklich gerade ein bisschen... anstrengender als es sein. Sollte. So. Halt doch die Klappe. So weit auch nicht. Ein Tagesmarsch vielleicht. Jaja. Sagen nicht, dass ich hier reingekommen bin. Bin ja einmal im Kreis gelaufen. Nee. Nee. Finden wir einen Weg zum Erprobungsgelände. Hä? Da sind wir doch am Anfang gesta... Nee, sind wir nicht. Na gut. Sah ein bisschen ähnlich aus, aber... Das ist dann schon ein bisschen anders. Auf zum Erprobungsgelände. So, da ist eine Werkbank. Dieser Komplex ist wohl die Teststation eh voll. Dann finden wir da drin hoffentlich antworten. Ja, oder den Tod. Ist so still? Ja. Wow! Eine von den Maschinen! Oh, oh. Sie macht sich unsichtbar? Das ist auch noch. Wir müssen sie erledigen, um in die Teststation zu kommen. Schreckensflügel. Äh. Ich hab schon wieder nicht drauf geachtet, gegen was die allergisch ist. Gegen Feuer. Hab ich nicht. Ich hab Abprallbomben. Kleb! Hab ich nicht. Sie ist langsamer! Natürlich. Oh. Ich treff hier gar nichts. So, einmal ins Fertigkeitenmenü. Äh. Ich hätt gern wieder hier Fernkampfmeister. Ja, das sieht gut aus. Äh. Ausrüsten. Kann ich nicht ausrüsten gerade. Warum nicht? Weil ich im Kampf bin. Uh. Das kann ich noch verbessern. Und hey. Hier haben wir eine übersehen. Aber doof. Und die ist nicht ausgerüstet. Oh. Vielleicht geht das tatsächlich nicht im Kampf. Äh. Auf die gelben Sachen. Erstmal hier ein bisschen mit Mut an die Sache rangehen. Das bewegt sich echt flott. Halt mal kurz an. Ich muss wieder scannen, wo du empfindlich bist. Halt mal kurz an. Komm schon. Das sind aber coole Maschinen, diese Fledermäuse. Auch wenn sie ein bisschen zu giftig sind. Für meinen Geschmack. Komm schon. Komm schon. Ist es jetzt nur eine oder sind es doch zwei? Ich glaube es ist eine. Aber ihr gefällt es nicht, was wir mit ihr machen. Komm schon. Da ist ihre Schwachstelle. Ja. Dann schieß drauf. Nur zu sagen, da ist ihre Schwachstelle. Bringt nix. Ja. Eloi. Und nachcraften. Und treffen. Tja. Deckung ist halt wichtig. So. Zeig nochmal, wo du leuchtest. Überall. Habt ihr noch kein Ohr abgeschossen? Glaube ich ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Jetzt aber. Ah. Ja. Ich bin einfach unglaublich. Oh. Was Hammer. Eine Metallblume. Ja. Hoffentlich. So. Ja. Das sieht doch gut aus. Ich würde eher sagen, das ist fast Ahorn. Aber wir nehmen es mal als Efeu hin. Vielleicht ist es auch Efeu. Nee, ich bin kein Botaniker. Was weiß ich. Ich muss noch ein paar Daten geben, die wir gebrauchen können. Ich hoffe, dass ihr ein Fokus sieht, was meiner nicht sehen kann. Wieso geben wir ihr eigentlich keinen neuen Fokus? Bestimmt, weil die in der Basis liegen. Oh. Das ist interessant. Was gefunden? Was ist interessant? Die vierte Teststation. Weide. Sie scheint unter Wasser zu sein. Nein. Hm. Sollte ich mir irgendwann anschauen. Ja. So viel unter Wasser will ich aber gar nicht. Hat er auch noch Daten gehabt? Nö. Diese Konsole ist noch funktionstüchtig. Ja. Aber erstmal ist der Loot hier funktionstüchtig. Ach. Was soll's. Alte Skulptur. Ah. Verwirrt mich jedes Mal. Und. Fertig in jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Carol hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Lädt man einen kodierten Schlüssel in die Einsatzkapsel, wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Aber. Ja, wenn sie hungrig sind, warum nicht? Es ist zu spät. Laut den neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms. Unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen. Um 375%. Ach, das ist doch nur ein bisschen zu viel. Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Dafür, was ich hier angerichtet habe. Ja, vielleicht. Wohin wirst du denn evakuiert? Die Tatier sterbt alle. Also waren all ihre Bemühungen umsonst. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Softwaremodul, das sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Hätten die keine großen Abschnitte... Äh... Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Irgendwie größere Abschnitte einfach mit Metall umrunden können? Mein... Dann hätte man doch sowas wie ein Gewächshaus machen können, das einige überlebt hätten. Und gegen die schweren Maschinen hätte man ja noch sein Militär gehabt. Keine Ahnung. Ich bin kein Wirtschaftsexperte und... Hier Roboter-Experte. Ich bin doch nur Eloi. Vielleicht. Hier drin. Wir müssen hochklettern. Bin gleich hinter dir. Wieso kann die jetzt auch noch so gut klettern? Ich reiß mir hier einen Arsch auf. So. Man sieht sie aber nicht klettern, aber sie spawnt irgendwann hinter mir. Wir können am Seil runterrutschen. Äh... Okay. Ganz einfach. Ja, natürlich ganz einfach. Und wo bist du? Naja. Braucht vielleicht noch ein bisschen. So. Schön, das Holz aufsammeln. Mensch, da haben wir heute aber wieder einiges verschossen. Geschafft. Sehr schön. Das ist aber kein Rebell gewesen, oder? Nachdem wir Barbaren entdeckt hatten, bat unser Leutnant um... Ja, ja. Bergbank. Was muss ich machen? Spezialausrüstung. Äh... Rankenschneider. Passender Name dafür. Und abgeschlossen. Dann hoffentlich haben wir die richtigen Enzyme dabei. Nabelschwein. Unglaublich, dass du es alleine mit diesen ganzen Soldaten aufgenommen hast. Ja, kein Thema. Kein Thema. Nachdem wir Barbaren entdeckt hatten... Ja, das hast du grad schon gesagt. Sie könnten jederzeit hier sein. Ist mir doch egal. Ich hab genügend Munition. So. Einmal die Rolltreppe aufwärts. Obwohl sie nicht mehr rollt. Und jetzt leuchten ja so schön blau die Metallblumen. Hoffentlich funktioniert dieses neue Modul. Ja, bestimmt. Nutze Nahkampfangriffe. Äh... Und dann was? Nochmal. Oh. Komm schon, du Enzym. Blume blüht. Mal sehen, ob die Software funktioniert. Ja, bestimmt. Haben wir doch grad zusammen gehackert. Die Tür ist jetzt frei. Sehr gut. Demeter, ich komme. Oh. Entschuldigung. Falsche Taste gedrückt. Der Friendly Fire an der Alba jetzt tot. Der Datenkern sieht intakt aus. Zeit, Demeter nach Hause zu bringen. Mhm. Demeter, Zeit, nach Hause zu gehen. Zu Gaia. Der Same des Lebens. Ja. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Master Überbrückung aktiviert. Stelle Originalkode für Demeter unter Funktion wieder her. Supi. So. Die Firma dankt. Was hast du getan? Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Mhm. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Tja, viel Spaß. Diese Zeit haben wir nicht. Ich gehe voraus. Was du vorher gesagt hast. Gehen Deckung. Alva! Stopp! Nicht schießen! Beim Wort der Ahnen. Sofort aufhören! Komm. Schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Ich habe zuerst angegriffen. Nur die, die wir nicht geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm. Sieh sie dir an. Wer schießt, stirbt. Siehst du es nicht? Elisabeth Sobeck steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin. Ja, dann verbeugt euch. Na, geht doch. Das ist der Respekt, den ich erwarte und verdiene. Wir sollten die Ahnen zurückbringen. Wir folgen Ihrem Wort, Kommandant, und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobeck. Der Glaube unseres Volkes ist stark. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Mhm. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Tut mir leid wegen euren Freunden. So. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sobeck schätze ich aber... Bitte. Ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Äh, paar Wochen. Ich weiß nicht. Ein paar Monate. Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Gern geschehen. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Ja, auf jeden Fall. Will ich dich wiedersehen? Hoffentlich nicht. Wir sehen weit das Landfall des Vermächtnis zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche für den Fall. Es liegt weit im Westen. Nahe der Ruin bei der zerstörten Brücke. Mhm. San Francisco. Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme über den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Ja, ist ja gut. Nur, wenn es sein muss. Ja. Was dauert da? Haltet doch mal die Klappe. Geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Äh, hauptsächlich für die anderen. Tschüsseli. Boah. Zurück zur Basis. Ich höre besser auf Alva. Ich muss den Meter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Na, auf jeden Fall. Aber gleich geht's zu dieser Brutstätte nördlich von hier, bevor ich zurückgehe. Nein. Die hat Stufe 40. Ja. Wieso ist da immer noch der Wegpunkt? Ich will doch nur zur Basis. So. 3000 Meter. Ich will ein Lagerfeuer. Wir wissen, dass wir hier was in der Nähe haben. Wir wissen nur nicht genau, wo sich das befindet. Irgendwo in die Richtung wird scheiße ihn. Immer noch komisch, dass die nicht wirklich auf der Karte angezeigt werden. Also jetzt ja, ähm, hat oben schon. Aber wenn wir dann auf die Karte gehen. Ich dachte zuerst, das liegt am Langhals. Aber das Gebiet ist eigentlich erkundet und freigeschalten. Deswegen verstehe ich's nicht. Ja, Säuredornrücken können auch entzücken. Hui. Komm mal da hoch. Eloi. Da oben ist doch das Feuer. So. So. Haben's geschafft. So. Das Baumwerk nehmen wir noch mit. Können nie genügend davon haben. Deswegen, wenn sie so beisammen stehen, warum denn nicht? So. Wird das jetzt auf der Karte eigentlich angezeigt? Nee, immer noch nicht. Das finde ich sehr verwirrend, dass wir hier wirklich keine Icons haben. Scheint doch irgendwie was mit der Aufklärung zu tun zu haben. Egal. Schnellreise. Einmal in die Basis. Und reisen. Bestätigen. Da wird Gaia sich vielleicht freuen. So, dann haben wir Poseidon, Demeter und dann fehlt doch... Nee, den anderen haben wir doch auch schon. Hepatitis B? Nee, den haben wir noch nicht. Der heißt auch irgendwie anders, aber trotzdem. Wer fehlt denn noch? Ich dachte, ich hätte jetzt schon Poseidon. Haben wir nach Poseidon keinen mehr aufgesammelt? Doch, wir müssten einen... Ah, der war doch einfach zu finden, oder? Keine Ahnung. Zwei haben wir jetzt zumindest sicher. So. Du hast Redebedarf. Ich aber nicht. Nee. Viel Spaß beim Alleinereden. So, einmal hochheilen. Und dann freut sich Gaia hoffentlich. Gaia. Hab Demeter dabei. Schön, dich wiederzusehen, Alive. Ebenso. Wie ich sehe, hast du auch Demeter. Mhm. Wie rein damit. Sieht so grün aus heute. Sehr gesund. Jo. Äh. Äh. Weiß ich nicht. Was willst du? Was will ich? Über die alte Welt, unser Fortschritt. Äh. Nö. Passt. Tschüss. Wie du willst. Alles Gute, Aloy. Danke, gleichfalls. So, was hat denn Beter? Wir haben erstmal Fertigkeitspunkte. Damit können wir jetzt den Bau mal wirklich abschließen. Äh. Beziehungsweise halb abschließen. Ich dachte, ja. Das ist mal frei. Fünf Fertigkeitspunkte. Ultraschuss. Und dann Jägerzeichen. Markiere. Ich weiß halt nicht, wie ich Sachen markiere. Achso. Das ist auch nicht ausgerüstet im Moment. Bauteilzerstörung. Schaden plus 300. Dann rüsten wir es nochmal aus. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Und hier Powerschüsse. Stärke deine Entschlossenheit. Und mehr Schaden. Für eine bestimmte Anzahl von Schüssen. Ja, so mittel würde ich mal sagen, ist es sinnvoll. Was macht man denn als nächsten Baum? Fallen sind eigentlich relativ gut. Tarnung. Braucht man nicht unbedingt. Sprengen. Ausweichsprung. Hexlamine. Nee, danke. Das ist hier Maschinenüberbrückung mit Stachelfallen. Elementraserei. Sieht man irgendwo, wie die Bäume heißen hier nochmal. Ja. Fallenstellerin. Das habe ich doch gemeint. Hier geschickte Plünderin. Ach, was soll's. Das ist zwar nur, dass wir mehr Ressourcen von einer bereits gestellten Falle wieder aufsammeln können. Aber trotzdem eine robuste Fallenstellerin. Ja, das lösen wir eigentlich nicht selbst aus. Fallen Limit. Maximal drei Fallen. Das klingt sehr gut. Und Nahrungswirkung. Naja. Wem Fertigkeitenpunkt Hammer. Nee, mach's mal mit. So. Was will denn Beta von uns? Und? Kann man im Fabrikationsterminal irgendwas machen? Da machen wir ja Überbrückung. 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 Warst du das, Gaia? Wahrscheinlich, wer sie ist. So. Flughorn-Überbrückung. Können wir das nicht schon? Anscheinend nicht. So. Flughorn. Abgeschlossen. Plünderer. Abgeschlossen. Reishorn. Reishorn-mäßig abgeschlossen. So. Da brauchen wir Breitschlund Zähne führen. Na gut. Ja. Ich habe die Displays umfunktioniert. Du kannst jetzt die Bootstätten verfolgen, von denen du Daten hast. Sehr gut. Ich verfolge alles, wovon ich Daten habe. Uh. Vorratskiste. Hier mit dem ganzen Zeug. So. Wo ist denn... Beta, Beta, Beta. Beta. Na ja, da drin. Beta. Bist du immer noch so... ...am verzweifeln? Und an mir sagen, ich bin nicht gut genug? Dann gehe ich wieder. Sofort. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Ja. Keine Ahnung, warum. Hi, Beta. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Danke, Val. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Beta? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten. Und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Oh. Um uns einfach etwas kennenzulernen. Ja. Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda. Ist sie tot? Du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprechfalt. Ich erinnere mich. Ja. Ja. Und? Ja. Ganz idyllisch. Schön. Was willst du von mir? Die sind dich verknallt? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Phasenith und Zero Dawn. Sie kannte Elisabeth Zorbeck. So viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Äh. Sie hat dich ausgeschlossen? Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elisabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein. Nein. Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden. Aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nein. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Du hast doch gesagt, sie ist anders. Dann lassen wir es dabei. Immer eine Freude, mit dir zu reden, Beta. Ja, ich glaube, die steht immer noch unter Schock bei dem, was sie da alles mitgemacht hat. Also, ganz stabil ist sie nicht. Ich versuch's, wahr. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich beskehre jeden Tag. Draußen in der Wildnis mein Leben. Sie hat vor allem eine Nuss. Und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte. Aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Ach, das war doch nur eine leichte Fleischwunde. Ach, es geht eigentlich. Hm. Ich wünsche Gaia wäre ein bisschen hier intelligenter und wüsste selbst was. Naja, hier fehlen ja noch ein paar Subroutinen. So. Immer nett, mit Beta zu reden. Ich muss mit so reden. Warum muss ich mit so reden? Hat sie jetzt was geschafft? So. Da bist du. Und wieso muss ich da hoch? Hallo? So. Entschuldigung, dass ich störe. Oh, sag doch nicht aber. Sag bloß. Äh. Hause mal. Äh. Die Kontrollkerne. Sind wir jetzt mit den Kontrollkernen in der Lage, die Landgötter in Reinklang neu zu starten? Noch nicht. Gaia hat gesagt, der Neustartcode muss mit den Daten von den Kernen verändert werden. Sie hat meinen Fokus mit Software für die Aufgabe aktualisiert. Aber es ist wohl sehr kompliziert. Es wird dauern. Nee, gut. Dann sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Mach ich. Schuppi. Ciao. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück bei der Suche. Äh. Danke. So, und ich muss noch mal zu Gaia, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder geht es hier nach draußen? Das sieht eher wie ein Ausgang aus. Ja. Gut. Dann können wir mal schauen, was wir als nächstes noch machen wollen. Was ist denn überhaupt Gedenkheim? Ja, da wollen wir auch rein. Aber wir haben noch ein paar Quests abzugeben, denke ich mal. Äh. Durchbrochener Stein. Dringe in das Rebellenlager ein. Auf jeden Fall. Und hier immer noch merkwürdig. Kein Symbol wird aktualisiert. Aber ich sehe auch keine Langhilfe mehr auf der Karte. Irgendwie. Komisch. Aber wir haben jetzt auch viel freigeschalten. Rede mit dem Lehrmeister. Das machen wir auf jeden Fall nicht mehr. Sprich mit dem Jagdgebiet-Hüter auch nicht. Sammle das Ornament. Das können wir jetzt machen. Ein gespaltener Stamm. Rede mit dem Veteran in Steinhall. Ich glaube, das ist abzugeben. Überwachungsdrohne ist einzusammeln. Karja-Jägerin könnte man auch mal finden. Schatten im Westen. Ah. Eklipse versteckt. Das machen wir, glaube ich, als nächstes. Und Jagd gegen den Durst können wir eigentlich abgeben. Aber wieso sehe ich überhaupt kein Lagerfeuer mehr? Ist mein Filter irgendwie komisch? Das ist komisch. Das ist ja... Wieso ist denn alles abgewählt? Interessante Punkte. Alles... Ah. Ich habe irgendwann R gedrückt. Das erklärt. Ist hier irgendwo noch ein Langhals? Ja. Toll. Und jetzt sind auch die Lagerfeuer da. Okay. Wir machen als erstes den Langhals. Und reisen dahin. Oh. Ich hätte... Verbrauche jetzt ein Schnellreisepaket. Hätten ja auch einfach kurz an Lagerfeuer gehen können. Dann wäre es kostenlos gewesen. Ach. Ich bin so dämlich wieder mal mit den Kartenmarkierungen gewesen. So. Die Quest wird deaktiviert. Bestimmt, weil man hiermit eher... Quests aktiviert oder nicht. Naja. Was soll's. Jetzt klappt ja alles. Das versunkene Höhle Steilgebirge. Kehre zur Händlerin zurück. Das müssen wir auch abgeben. Und Langhals mach mal beim nächsten Mal als erstes. Eine Regenpause. Gut. Regnet es oder macht's Pause vom Regen? Ist egal. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.